Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4, diesmal mit etwas weniger Elan, nein, mit genauso viel Elan. Im letzten Video haben wir Roman, nein, Flat entsorgt. Der schwimmt jetzt erstmal mit den Fischen eine Runde, obwohl ich glaube, schwimmen tut er nicht mehr so viel, eher treiben. Bei seinem fetten Körper wird er treiben, ja auf jeden Fall, der wird nicht untergehen. Wir machen diesmal eine Little Jacob Mission, die wir hier haben. Schauen wir mal, was der alte Kiffer von uns will. Der hat sicher eine ganz tolle Ballermission für uns. Vielleicht kriegen wir dann auch mal neue Waffen. Immer nur mit der Pistole rumgurken, ist dann doch ein bisschen langweilig. Ja, Roman, was geht? Okay, ist das eine Mission oder? Ja, das ist eine Mission, aber die hat noch nicht begonnen. Also machen wir erst die Little Jacob Mission. Beim nächsten Video gibt es dann die Roman Mission. Concrete Jungle. Hallo. Hallo. Oh Mann, oh Mann, man versteht echt kein Wort. Dein Auto nehmen wir aber nicht, das mag ich nicht, das ist mir zu groß. Ich fahr doch schon, ist doch klar, kannst du hier ruhig noch mal einbauen und kannst ruhig noch mal ein bisschen was rauchen, ist doch kein Thema. Huh? Okay, ja, ich werde aufpassen auf das Auto, keine Sorge. So, hier stehen wir gut. Jetzt dürfen gleich einige rausgesprintet kommen. Okay, dann sollen sie mal rauskommen. Ich werde sie alle überfahren. Komm schon, gib Gas. Drecks Drogendealer-Pack. Die leben ja alle noch, ich fasse es ja nicht. Oh, da habe ich die Wand verfehlt. Hey, entspann dich mal. So, der hat es auch hinter sich. Der andere will echt noch abhauen, ich fasse es nicht. Wo ist er denn? Der Eier läuft mitten auf der Straße, perfekt. So, ein kleiner Backflip für dich und dann nochmal ein Reifen für dich zum Mittagessen. So, jetzt habe ich das Auto ganz doof hingeparkt. Hm, wir brauchen ein neues Auto. Zum Glück steht hier eins, das mir überhaupt nicht gefällt, aber wir nehmen es einfach. Ein fahrbarer Untersatz ist es ja trotzdem. So, hier ist noch Munition, die brauchen wir aber nicht. Wir haben so viel Munition, die werden wir niemals alles verbrauchen von der Pistole. So, hier bin ich. Hier bin ich. Wo geht... Hallo? Ja, Trottel, Mann. Du bist ja ganz schön high. Ja, Niko ist wirklich ein harter Junge. So. A dead fool. A dead fool. There is nothing. Nothing. So, ich glaube hier bekommen wir das erstmal ein Schrotgewehr. Zumindest haben die Gegner ein Schrotgewehr. Ja, ist auch kein Thema. Die bringen wir schon unter die Erde. So, bitch please. I'm coming for ya. So, erstmal in Deckung gehen. Gar kein Thema. Mach einfach bloß die Tür auf. Yo. Kollege. Du fängst hier nicht zum Ballern an. Jawohl, der hat hinter sich. Ja, ich geh doch schon zur Tür. Ist doch gut, ich kümmere mich schon drum. Oh, das war ein schöner Schuss. Auch noch blind. Perfekt. So, gucken wir mal. Oh mein Gott, wie die nie verrecken wollen. Komm schon. Ah, da hab ich ihn. Sehr schön. And I get them all. So, hier ist noch Energie. Perfekt. So, jetzt sind wir ausgerüstet. Acht Schuss im Schrotgewehr. Das ist ein bisschen wenig. Aber wir bekommen sicher irgendwann noch mehr. Komm mal mit jetzt hier, Jacob. Steig ein in die neblige Karre. Ja. 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 So, kommt die Leine. Du bist ja einer. Man, 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 der Batman muss ja einer sein. Sticht einer ab, bloß weil er ihn blöd anklotzt. Unfassbar, unfassbar, was für Gesocks teilweise unterwegs ist. So. Die Karre gefällt mir gar nicht. Ich will ein anderes Auto. Und da steht auch schon eins, das ich will. Ja, damit... What? Ja, you getting hijacked. Bartz, erstmal eine schöne Backpfeife. So, Musik aus, alles klar. Ja, das war's wieder von mir und Nico und Let's Play GTA 4. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.